Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Hier zeige ich euch von Essex den Gel PULS 3. Der PULS ist das Einstiegsmodell in die Essex-Dämpfungskategorie für Läufer mit neutraler Abrollbewegung und er zeichnet sich durch ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Er verfügt über eine Spewa-Mittelsohle mit zusätzlichen Gel-Dämpfungselementen im Vorfuß- und im Fersenbereich. Die Außensohle des PULS hat ihre Stärken eher auf den etwas festeren Untergründen, eine große durchgehende Flexkerbe sorgt im Vorfußbereich für entsprechende Flexibilität und die Mittelfußbrücke für entsprechende Stabilität in der Abrollbewegung. Leichte bis mittelschwere Läufer mit neutraler Abrollbewegung, die einen passenden Einstiegschuh suchen oder auch Läufer, die einen günstigen Zweitschuh suchen, diese mit dem PULS 3 von Essex bestens beraten. Und ihr könnt den Schuh in allen Runners Point Filialen bekommen oder hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com www.runnerspoint.com